Alles Leben ist Chemie. Jede Bewegung, jeder Gedanke und jedes Gefühl ist nichts weiter als das Ergebnis komplexer chemischer Prozesse. Es bedarf Energie, diese Prozesse zu verändern. Viel Energie. Linus, hast du den Michelangelo gesprengt? Dabei ist es egal, ob diese Energie positiv oder negativ ist. Mich hat er sehr berührt, wie er seine Einsamkeit und seine Sprachlosigkeit thematisiert hatte. Er hat sich leere Zettel an den Arsch getackert. Das ist einfach nur bescheuert. Sagen Sie, führen Sie auch Landschaft? Ich könnte Ihnen einen ejakulierenden Acrylfallus anbieten. Das wahre Leben. Die preisgekrönte Tragik-Komödie von Heidi-Regisseur Alain Gspurne. Womit bezahlen Sie Ihre Steuern? Diese Schweizer Co-Produktion ist unser Schweizer Film der Woche. Samstag, 20.15 Uhr auf S1.